Tschüss. Sag Tschüss. Also banden wir morgen weiter. Tschüss. Okay, es ist dann bis morgen und gute Nacht. Bye bye, gute Nacht. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Tschüss. Ja, genau. Verpackt. So. 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 So 2. 4. 4. 4. 5. 4. 7. 9. 10. 11. 14. Also, hier müssen wir weiter. Ist das zu weit, dass der so unten? Ah, das ist diese Stadt, die habe ich mal im Trailer, glaube ich, gesehen oder so. Genau. So, da wären wir. Und wo ist der Magier-Trainer, der Hexe-Trainer? Ja? 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 Ja. Was muss man hier? Schau mir mal hier rein. Hier ist aber niemand. Oh, ich hab schon wieder mich verletzt. Da ist einer. Man sieht es nicht, wo man ist auf der Map. Das ist blöd. Jaja, das sind die gleichen Quests. Also hier müssen wir ein paar Leute mit ein paar Leute reden. Hier ist noch einer. Es fragt sich nur, welche denn? Das muss doch diese. Das sind die Warmeister. Waffenschmied. Wächter. Wächter. Blöd. Ja, wo ist der? Wo bist du hingegangen? Ja, ich werde sie sowieso entdecken, wenn ich jetzt hier... nicht. Ich find sie nicht. Ich komm nicht hoch. Wie soll man sagen? Diese Stadt ist zu extrem. Was streutel. Ja, ich bin der Hexen-Meister. Jaha! Abkast! Geh mal! Träniin! Ich stelle auch mit Trägerheit! Faulheit! So, das ist der Feuerball. Kann ich es auf E-Scale? 80, 40, 70. So. Blitz. Hier werde ich, ähm... Masken. Und hier... Ne, die werde ich nichts geben. So. So. Also, danke schön für die Hilfe. Okay. Ja. 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 Okay. Dann... ...beende ich mal die Aufnahmen. So. So.